SWEET! Sauge über den Bearfield. Und ne Machete halt, ne? Kannst ja noch bei den anderen kicken. OI! Musst dich da hinlotsen, wa? Ich wollte noch mal gucken, was er in seiner Protector Case drin hat. Ich habe ihren Fight auf jeden Fall verloren. Ah ne, schon der nächste Fight den wir gewonnen haben, Pascal. Wir sind Tiere. So was nicht, sonst verlieren wir gleich. Niemals. Mir egal, ich versteck die Leike jetzt einfach. Ja, und dann lauf einfach nach... Ja, ich würd so sagen, im Wald rein. Ja, die Richtung ist gut. Sehr gut. Ja, ich hab ihn schon gesehen. Ja, 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 ja! Lass ihn erfunden. Oh, der hat ne Mosin. Hat der auch Mosin Munition für mich? Nehm ich natürlich trotzdem gerne. Ja. Mach ich mal mit. Na guck, ob die nicht ruined ist, sonst ist das nachher Verschwendung. Ne, die ist pristine. Sweet. Die von Kevin war teilweise ruined. Volles Magazin, sonst hast du ihm alles verschossen. Hohoho. Mit einem Schuss? Verstecken. Sehr gut. Sehr geil. Ich hätt gern mal wieder ein bisschen mehr Farbe. Voll Angst, dass ich von diesem Turm hier runter glitsche, wenn ich hier liege. Ich hab wieder volle Farbe. Geiler Typ. Also ich bin halt energised und hydrated. Ich kann mir doch so einen Energy Drink reinhauen, die sollen ja eigentlich auch helfen, ne? Hättest du natürlich die AK auch nehmen können, aber... Ne. Ach komm. Was ich jetzt hier schon mit der Mosin alles weggesnackt hab. Ja. Mit groß, mit auch dem Visier, das ich hab. Ja, aber auf Entfernung triffst du damit doch trotzdem nix. Bin aber doch auch weggesnackt. Das war ich. Du hast direkt danach geschossen, aber ich hab ihn einen reingedrückt. Der ist auch umgefallen und du hast noch einen reingedrückt. Das arme Sau, ey. Langsam haben wir das raus mit unserem Kreuzfeuer. Das funktioniert ganz gut, die Taktik. Ich als Auge und du als schießwütiger. Ich verhole, dass die dann zusammen auf einer Stelle bleiben, dass das das Dimmst was machen kann. Die sind sie ja nicht. Sind sie ja nicht. Der eine ist rüber gelaufen, hat sich getrennt und dann hab ich ihn dann reingeballert. Da dachte man nicht, dass ich ihn treffe. Die gute alte Tower. Das ist die Frage, in welche Richtung guckt man, ey. Ich muss ja schon fast eher Richtung Wald gucken anscheinend, wa? Während du vom Tower ja auch ganz gut über das Airfield gucken kannst. Ja. Ja. Wollen wir mal richtig hardcore campen, Alter. Der hatte aber auch nur die ganze so viel Munition, also so richtig viel. Der hatte richtig viel, oder der hatte nicht richtig viel? Der hatte krass viel Munition, so wie der andere Typ, fast den selben Loot. Strange. Hast du den Typ unten eigentlich geheidet? Ja, ne? Wiss ich gar nicht. Ich glaub sogar nicht. Ah, wenn man ordentlich sucht, dann findet man wahrscheinlich auch ordentlich. Oder wenn man einen Server hat, ne? Du hast ja jetzt auch ordentlich Munition, ne? Ja. Leute, die Dosen, die ich rausgelegt habe, ich hab ja welche gehabt, die waren ruined. Die haben sich in so einem Haufen aufgestapelt. Hier sind auch noch 35 Schuss Musi Munition. Wo? Hier im Flugzeugtower. Wat? Alter. Langsam wird's ja echt, äh, komisch. Und zwar nicht witzig, komisch. Oho. Ich war's da eigentlich mal auf Klo, ey. Eigentlich bin ich hier ja safe, ne? Wenn du dein Auge offen hältst. Na komm. Ja. Ich riske das jetzt einfach mal kurz. So, jetzt bin ich nämlich wieder in der Aufnahme. Verdammt! Hast du den da hinten erschossen, oder was? Ja, den da hinten hab ich erschossen. Also, äh, mal hier kurz als Re-Information. Da sind zwei Typen gekommen. So wie die anderen beiden eben. Den einen hab ich erschossen. Der hat sich nicht mehr bewegt. Der ist tot. Und der am Zaun lebt noch. Ja. Aber wenn er noch am Zaun ist, bin mir nicht sicher. Was hat der hinten ran? Was hat der für Möglichkeiten? Feuerwehrwache und so. Also er könnte quasi unter mir laufen. Was ich auch machen würde. Ey, das hätte ich gesehen. Echt, das ist komisch, dass du das so gut sehen kannst von deinem Tower aus. Ich kann doch hier raus gucken. Ich seh doch da den Weg, den man von der da zu der Woche rennen muss. Verrückt. Also auf jeden Fall kreucht hier noch einer rum und der andere ist down. Halt dich erstmal bedeckt. Ich will mal gucken, wo der ist. Ja, was heißt halt dich bedeckt? Der weiß sowieso, dass ich hier bin. Ich hätte ihn eigentlich treffen müssen, ey. Ganz knapp dran vorbeigeschossen, Leute. Ja, die da hinten im Wald, ey. Die unterschätzen mich immer arg, ey. Die denken immer, ja krass, ich bin hinten im Wald. Da liegen die da völlig offen, ne. Ich brauche da immer noch einmal drauf, schießen sie die tot. Ja, bei denen ist ja das Gras geladen, bei denen ja nicht, ne. Ja, aber das weiß man doch. Kannst du nicht erzählen, dass der dachte, er kann sich im Gras verstecken. Ja, zumindest hinterm Baum. Das Gras schützt einen ja auch nicht gegen Kugeln. Schämenhaft sehe ich ihn ja trotzdem, selbst wenn der Gras wäre. Schon ein bisschen dumm von denen. Ah, jetzt ist wenigstens wieder so die Situation, man weiß, hier ist jemand. Ging jetzt auch wieder schneller, als ich dachte. Da wären wir richtig Action, finde ich gut. Ich dachte eigentlich... Das ist noch ein dritter kommenden Arschwumms. Ha, ich habe den Wald im Auge. Oh, gefunden. Wo denn? An der Mauer immer noch. An der alten Position. Run bitch, run! Jetzt habe ich keine Munition mehr. Er läuft da quasi durch den Wald halt, ne. Jetzt nach rechts. Oh ja, ich kann dich wunderbar sehen, mein Freund. Jetzt ist er hinter eine Tanne gelaufen. Ach, da hinten läuft er. Was sieht der Typ eben? Mit selbe Taktik, weißte er läuft weg. Ey, was sind das hier, die beiden? Ach, das wären wir jetzt Quatsch. Hast du ihn jetzt kalt gemacht? Ja, ich hätte ihn natürlich treffen können. Der war hinter einer Tanne. Also ich habe nochmal durch die Tanne gefeuert. Die Wirklichkeit besteht. Aber... Ich möchte das nicht versichern. Der scheiß Regen, der macht die Sache natürlich jetzt nicht einfacher. Der hat auf jeden Fall auch eine SKS. Also nicht zu unterschätzen. Ja genau, Regen, hör auf. Oh, so ein Gewitter hier. Ist aber sehr, sehr komisch, dass ich ihn eben nicht getroffen habe. Jetzt hast du ihn aus den Augen verloren. Ja, ist hinter Tannen gelaufen. Ich glaube nicht, dass der sich so einfach abservieren lässt, oder? Das lässt man doch nicht auf einen sitzen, ey, wenn sein Kumpelwix nickt wird. Ich glaube nicht, dass der sich so einfach abschätzen lässt, oder? Hm. The Waiting Game Achja Du müsstest am besten unten auf der Feuerwache drauf sein Das wäre am besten Dann könntest du nämlich auch schießen und hättest dieselbe Sicht Und du könntest auch in Deckung gehen besser Also ich finde erstmal sicherer als Aber ich könnte dich als inkognito Teil ausrücken Das hast du mich gar nicht sehen Das stimmt natürlich Das ist dieser Überraschungsmoment, den die überhaupt nicht krallen Das stimmt Dann könnten wir nur Tower Defense machen Wo ist der? Ich traue mich auch nicht so recht mit dem Visier da jetzt rein zu scouten Weil Dann gebe ich ihnen echt die Möglichkeit mich einfach wegzusnacken Das ist echt voll die Ach schicker Position die ich habe Weil die können zwar auf mich schießen rein theoretisch Aber die müssen so weit weg sein Um mich zu sehen Dass sie quasi nicht effektiv auf mich schießen können Weißt du? Aber ich kann dann wiederum auf die effektiv schießen Das ist einfach so Ich zwinge sie dazu zu snipen Aber sie können gar nicht snipen Aber ich kann snipen Jetzt fängt das wieder an zu regnen Ich kann mir doch nicht vorstellen dass das ein Kumpel da einfach so liegen lassen will Ja der wird ja auch Munition für ihn haben Ach ja das mag ich Was du machen könntest Oh da Da ist er ja Oder Im Wald natürlich Leg dich doch hin du Humo Humo Er läuft da hinten im Wald rum Ich habe jetzt mal nicht drauf geschossen Ich möchte jetzt eigentlich eher nur noch schießen Wenn jetzt ich auch sicher sein kann Dass ich ihn treffe Zu den Hangars hin Im Wald oder zu dem Also schon noch in dem Waldstück hinter der Feuerwehrwache Aber am Rande bei den Hangars In die Richtung Ist ja gerade so ein bisschen verwirrt hin und her gelaufen Da Da ist er Na Freundchen fühlst du dich sicher in deiner Tanne? Ich würde mich noch nicht sicher fühlen Ich würde mich noch nicht sicher fühlen Ich würde mich noch nicht sicher fühlen Tja Feierabend Bist du tot? Ja Zwei Treffer Du? Ich nicht, aber er Er ist tot So So haben wir getroffen, Alter Na ja mal wieder ausrücken Der Stoßtrupp rückt aus Lauf die Straße hier bei den Zwischen Hangars und Feuerwehrwache Einfach gerade in den Wald rein Da liegt er Was hat er sich dabei gedacht? Das frage ich mich Er hat sich auch nicht mehr bewegt als ich ihn da reingedrückt habe, Alter Da hat er gar nicht drauf reagiert Und jetzt? Eine Tanne? Ja, eine Tanne weiter noch rein in den Wald Nicht die, sondern die da, ja Hallo, ich will sein Content angucken Sein Content? Hat nicht angezeigt Komisch Das hatten wir ja bei dem anderen Typen auch, ne? Oder wird gar nichts angezeigt, quasi Gar nichts Können den gar nicht ansehen Der Schnusser da hier so dumm unter der Tanne liegt Das kann nicht gut möglich sein Ah, ne, kann ich nicht anvisieren Sure, dann nicht Wo ist der andere? Äh, ziemlich mittig im Wald Auf so einer anderen Höhe Müsste man eigentlich auch sehen können Laufen wir noch ein bisschen rechts Ja, die Richtung ist ganz gut Die Richtung einfach weiter laufen Weiter, 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 ja Hast du mich schon gesehen? Anscheinend Ja Antworten wir doch It's raining man Ich hatte ne SKS Ja, hab ich doch gesehen, hab ich alles gesehen Na, AK Magazin Wie viel AK Magazin willst du denn noch haben? Und zwei Amorboxen Du liegst da auch ziemlich offen jetzt ey, alter Alter Schwede Da sind eins Was eins? 1, 2, 3, ganz viele Oh, da hat der Regen aufgehört, Gott sei Dank ey Was, Pascal, rede mit mir Da sind Da sind 40, 60, 80, 100, 120, 130, 130 AK Schuss What? Wo dünnen die das immer alle her? Müsste ja schon zwei volle Amorboxen haben Das ist alles crazy Das ist alles crazy Und wenn du schon ein bisschen was für mich dabei hast Dann brauchst du ja nicht noch mehr mitnehmen Ah Ich brauche ja nicht allzu viele Schuss, wie du gerade gemerkt hast Ach, ach, ach So, ich habe jetzt alles mitgenommen Alles? Wie viel Platz hast du denn? Ich hab noch genug, äh, Dingens Alter Ich denke Sollte noch irgendwann mal abhauen, ne? Was? Was soll das denn heißen? Ist gar nicht mehr Bock mehr Ja, genau Achso Ja, dann können wir natürlich, äh, abbauen Abgang machen Abbauen Aber ich würde hier schon noch ein bisschen bleiben, also So ist nicht Ja, dann können wir beim nächsten Mal auch noch mehr hier bleiben Das meine ich ja Am nächsten Mal dann Ich würde jetzt hier nicht weglaufen Ich finde es hier eigentlich ganz interessant In welche Richtung machen wir den Abgang? Am besten nicht da, wo du jetzt gerade bist, oder? Ich würde sagen, da und an der Mauer weiter lang Echt? Nach unten, oder was? Nach rechts weg Hinter die Hangars runter, ne? Ja Ja Alter, was macht mein Spiel? Oh, jetzt ist doch jetzt ein schlechter Scherz! Was denn? Oh, das Spiel ist abgestürzt Ja, das Geile ist, während ich auf einer Leiter bin Boah, das war wirklich super Mhm Hilfe! Mein Haus ist weg Der ist nicht Jaaaa Die Leiter hat's mir wirklich gegeben Tja Pascal, ich bin tot Wie ich es auch schon fast erwartet hätte Oh Also mein Charakter ist weg Den gibt's nicht mehr Ist einfach neu gespawnt? Ja Mit all meinen Sachen weg Okay Oh Einmal Eiskalt gegen das Haus geflogen Ohhhh Boah Bin dabei? Jaaa Neu Problem, oh Junge Ja komm Georg, wir fallen jetzt einfach über die Berge Okay Ja 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 Ja